So Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahmung von Toroomons Scarlet Emerald und mit dieser Musik. Ja, wie immer bin ich total unvorbereitet und weiß noch nicht mehr, wo mein Gamepad liegt, Troll. Demp, 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 demp. Und was hier machen wir? Blah, Riki, er hat einen Komatschi gefangen. Oh, how serious. So, ich nehme jetzt erstmal jemand raus, nämlich... Ko, er hat noch Stärke, der Trümmerat, Tenchi. Das brauchen wir denn nicht. Ne, wir lassen einfach mal alles drin. So, dann gehen wir weiter. Wir sind ja im letzten Partei stehen geblieben, dass wir jetzt nach Cineero will müssen. Wobei ich nicht weiß, wo Cineero will auf dieser Karte hier sein. Von dem... All schauen wir erstmal, was hier so unter Wasser gibt. Lass mich raten, Kizuma. Irgendwie nix. m nö der Boden ist nicht gefüllt mit Pokémon coloured 1 gewöti es wäre die alles Carr im 1 erwartet einmal gemacht einer of kita die döner mit Schwinn Prozent die ist um geht mir auf die PS aber ich bin das No denn dann kommen abzellere Welt und da kämpfen sie um Kio Kronfroda Lehm und super cool I can feel only rage in their HEARTS! Suvaku, please listen! You're destroying Gensokyo as you keep fighting! It's no use, she won't listen at all! Give it to Sakuya! Remelio's puppet is the only one who can stop Utsu and Suvaku from fighting. Her Gungnir isn't just there for shows, she knows how to use it well, but I'm afraid you need Niteri's support in order to get into the Scarlet Tower. Come Tevi, we can take much longer, Gensokyo's fate depends on you! BAM BAM BADAM BAM! Even since then it went, why did Remel disappear like that? If she's gone, Gensokyo's balance would be being destroyed! Sorry, follow! We're here, Niteri is here and studying! Ask her about Scarlet Tower, don't get too lost in that cave! Okay, here can't you go out, because... Well, yeah, she's totally easy, this cave. Find my veteran Dazan. Tevi, how did you manage to find me in here? Gensokyo's in great danger, but who's doing this? So their puppets are fighting each other to the death. And the only way to stop them is to awaken Remelio's puppet? If Sakuya knew this, why wouldn't she awaken it on her own? Did she tell you where the tower is? No, she expected you to find it without even knowing where it is? What an odd mate! Well, Tevi, do you have any... Das ist Tosgut. Do you have any ideas at all to where this tower may be located at? Just one guess. Tevi, focus your mind, take a deep breath and eat this... It's near Mirage Town, how do you know that? Wait, the mist, it's gone now. Okay, Tevi, let's go to Scarlet Tower. Du 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 so toll zu tarif und den und kieler so alt und wenn wir das Papa zu fahren brauchen wir erst mal 8 Späne go for it red puppets don't back up blue puppets how do you know in the name of the puppets so the police will get wrecked the big puppets fighting with another big puppet please someone make it stop so then I know when two puppets fighting that gigantica fighting that savagely there's not much we can do wow this is weak the weather was clear this morning but all of a sudden dark clouds brewed up rain started falling in sheets and there was thunder and lightning too the weather just went completely wild this is all because of those puppets das banana er Ich brauche sie nicht, ich nehme meine Yuyuko mit Denn sie ist stark, ist überpowered Ich hole Cheno mit, denn die ist so gut Übrigens das Lied hier ist Matryoshka Und ist von Miko und... Ich hab den anderen Namen vergessen Moment Kämpfe Ich stehe Swinny is a full body workout, you will get fit Hina 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 Suapai Das noch nicht, gerade R Kater, tschüss Oh verdammt, das wollte ich nicht Das war Bubachi Das war Bubachi Tschüss Tschüss Nanderu 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 Poko Nanderu Schwende und nicht dieses Alten hier mit was hier bestimmt liegt und zwar der Blut Schadro ja wie viel man unter dem Sinne auch Park der ja wohl Ich bin ein Mörmaid! Ich bin ein Mörmaid! Ich bin ein Mörmaid! Ich bin ein Mörmaid! Stuhl in die Fresse! Reicht mir! Das war nur los! Fly! Bamm! Mit Tailwind sollte es wehtun! Tschüss! What?! Tschüss! Zootopolist City! Blablabla! Oh nein! Wir werden alle sterben! Tschüss! Annoying! FLY! AWAY! Bamm! Tschüss! Das Lied ist von Komachi und heißt Vermillion! Jedenfalls kann ich so viel über sich lesen! Capable of everything now! Mh! 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 geht's ab, you know. Tschüss. Mann, verschwindet. Danke. Übrigens, ich werde vielleicht mal in der nächsten Test- also in der nächsten Test- in der nächsten Aufnahme-Session das mal ein bisschen so handeln, dass ich mal wieder neue Musik reinpacke in mein ganzes Gebiet. In meinen ganzen Ordner. Wird dann lustiger. Wahrscheinlich packe ich dann auch ein paar Lieder aus Ozu rein. Und diese Bubachi gehen mir langsam so richtig auf den Piss. Verschwindet. Ihr habt doch nur Titten. Titten Nutschie. Oh, Level 14. Wiedersehen, Bubachi. Danke. Da oben müssen wir übrigens hin. Okay. Ah, I forgot to make a teleporter for you. Forgive me, Tevi, but I've unlocked the door to get inside. She might be on the top, so let's get going. Ah, Earthquake! This is starting to scare me now. It's getting worse now. I can't climb now. I'm so scared, Tevi. Worried about the others too. I'm sorry, but you're brave, right? You can climb this tower. I'll get back to Misty Lake. Gensikos fate is in your hands. So, was nämlich hier drin ist, sind erstmal ganz starke Tohomons. No Nesmae Ling und so. Nein, hier gibt's einfach nur die ganzen Skull Devil-Fiecher. Wie zum Beispiel... Ba, 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 ba. Den fange ich mir. Oh, fuck. Auf jeden Fall, Flanre ist verdammt schwer zu fangen. Habe ich jedenfalls gehört. Verdammt, Bro-Fist, genau. Bro-Fist ist also Kraftkoloss. Gesuna rein. Labertane. Ich will dich fangen. Du bist mein, Flanre! Ja, mein! Nein! Nope. Jetzt reicht's mir, Dragon Meteor. Verdammt. Just... Aber hier kann man eigentlich recht gut trainieren, weil die... Jedes hier tausend... De... 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 64-er Yugi! What the hell? Aber mein neul, du bist doch gar nicht in der Skull Devil. Was machst du hier? Muss wechseln. Auf. Juuu! Jut! Ist vielleicht nicht so klug, Yomu gegen ein Feuerviech zu holen, aber... Sakura Storm! Jetzt fang ich dich mir. Oder auch nicht. You must take it easy. Ja, take it easy. Flanre. Take it fucking easy, Flanre! Labertane hat gemisst. Übrigens ein anderes Matryoshka jetzt. Nämlich ein männliches... Fancover. Wer hat Inside Puppets gefangen, oder auch genannt? Nein, nicht erst, naja. Nix, der was so... Koordinatien... Da, Matyoshka! Vielleicht mögt ihr es nicht, ich mag es aber. Toll! es ist heiter noch Gott Eidena Kalinka Marinka ich fange erst mal noch mehr Flanders die hier rumhängen vielleicht gibt's hier noch was anderes Flandre Mailing und Zaza lalalalalalalala so West End ich habe mein Select ich fand ihn jetzt вли�� Influenz Mann enken Engen Elk� гр in sweaty Ink, Ink, Ink und Oku ist in Kote. Oh, Yugi. Yomu, Sakura Storm. Sollte es reichen, Sakura Storm. Schade. Dann sei! Ich glaube, das war schlecht. Das wollte ich gar nicht. Ich muss mir jetzt noch eine suchen. Na, geil. Ich möchte mir eine fangen. Oh, Pachi! Tschüss. Dann sei! Dann sei! Fang so. Schade. Yomu rein. Zack, das Dorn. Reicht, zackle das Dorn. Ah, stimmt. Attack Roast, ja. Suika! Oh, okay, 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 okay. Verdammt. Oh, Level 80 schon bei Kizuna. Gut, okay, dann trainieren wir jetzt auch ganz klar. Amion. Sakura Storm. Nun ja, ich fange das legendäre Turmon halt jetzt noch nicht, sondern erstmal fange ich mir das, was es hier drin gibt, denn hier gibt es richtig geile Sachen. Oh, Yugi, ja, ich nehm alles einfach Nein, ich nehm gleich alles doppelt Meine Fresse Yugi Ähm, du rapest mein Team jetzt nicht auseinander, danke Ey, da wirkt ja gar nix Ah, jetzt hat's mal gewackelt Fast Kappa, let's go Yes Yugi, Yugi, oder auch Oni, Yugi, oder auch Oni, Yugi Revival Herbs On Must Uses und so Weil wir brauchen jeden von den, von meinen Toromon Um das zu schaffen Oh Mann, was es hier in Stufe 3 gibt Gar nichts, irgendwie lame Sack wie der Storn Shadow Ball Shadow Ball Oggi For the end You only suck Fangen muss, fangen muss, fangen muss, fangen muss You must take it easy Okay Kann ein bisschen dauern, bis ich jetzt diese Yugi, die Reimo, gefangen hab Oh Mann Weil sowas wünsch ich mir mal Ex-Kali-Pool dabei zu haben Yes You und Raymo gefangen It's best to take it easy and drink a cup of tea Oh fuck What the hell gibt's denn hier an Toromon zu fucken, bitte alles Pachi Pachi Yugi Wegrennen Ja, also wir sind fast oben, also Ja, also Ley wird Tampa, geil Wer liknetzig ja bei okay du siehst geil aus fangen muss ja ja mir ist gerade kurz egal gewesen dass die umverrekt ist Schande über mich gehört und deshalb fange ich mir jetzt Sarah vor allem sie ist geil aus wer hat jetzt weiter denn gemacht ja ich weiß und die US-Sensee aber als würde sie sagen ich schlag die Prozent schlag den Kopf aus dem Bild aus dem aus der Birne ich möchte ich mir fangen Dankeschön Nein sie hat sich selbst getrollt ganz schlecht auch wenn es jetzt ein bisschen leben ist dass ich die ganze Zeit nur andere Turmen fange ein ihm ist doch echt zugeben dass sie so geile Sachen wird am core naja wir gehen jetzt erstmal hoch und gehen zu ihrem pop sie flue away owners suddenly she disappeared und auf jeden Fall ist du jetzt noch bis zu öffern sonst die Notenpartum an und dann Ja. Mimi-chan. Er relays. Jetzt kann ich mich nicht fangen. Caution, Bail. Noch mehr Cutie-Flan. Zu viel Flandre. Too much of it. Diese Pia. Da bist du ja. Boah. Voll verklickt und so. Yay, Mimi-chan. Mimi-chan. Fangen muss, fangen muss, fangen muss, fangen muss, fangen. Naja. Mimi-chan. Meine Güte. Meine Güte. Ich möchte mich dich fangen, Mimi-chan. Caution. Keine Ahnung, was ich mit dir will. Hallo, es ist nur noch eine Rakete, deshalb musst du schon im Team und so. Das erinnert mich an ein Video. Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen von einem, der die, äh, Tormon Insane Liga mit sechs Mimi-chancs gemacht hat, die einfach nur explodiert sind und die er dann immer gar wieder geheilt hat. Oh, ich bin weiter hochgegangen. Lame. Disappear Flandre, thank you. Bachi. Shadow Bolts. Driver reicht es endlich, 60, schön. Können wir von hier wäre eigentlich wegfliegen? Yay. Und dann sehen wir uns das Spektakel an. Caio Gray und Grouda und Kämpfen gegeneinander. Und da kommt schon Remelia, RK. Ray Quasar runter und zerbrecht sie. Brrrr, hört auf zu schreien. Und damit haben wir es geschafft. Und übrigens, das Lied hier heißt Desplanded Witch. Und ich werde jetzt speichern und im nächsten Mal geht es weiter. Bis dann, Leute. Chausen.